Wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe Bock zu streamen, heute, auf ganz entspannt und gemütlich, sage ich euch, so wie es ist. Woha, Woha, Woha. Ah, siehste Story, sage ich immer viel Story. Ich bin ruhig. Das wäre echt komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Oh, 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 oh. Hä? Kurs aktualisiert, ein Mädchen stand auf der Straße, weshalb der Busfahrer Kontrolle verlor. Was ist denn das? Das kleine Mädchen, was ist denn das? Kaffee. Kaffee. Ich mache so, Bus machen so, Unfall. Was ist denn das? Was ist jetzt los? Zwei Minuten spiel ich das Spiel! Hast du mich erschreckt? Sie könnten wie eine heile Familie sein. Ihr seid so eine verdammte Satansbrot. Das ist aber nett. Weck der Ablenkung von den Irren hier. Er muss für alle, die sich im Jahr 1920 stattgefunden haben, den Hexenprozesse von Salem interessieren. Wer soll sich denn für sowas interessieren? Niemand interessiert sich für Hexenkram. Legt gleich wieder weg. Oh Leute, ich hasse das. Wenn jetzt da gleich irgendeiner mir von der Scheiß-Fensterscheibe vorsteht. Ich raste aus hier. Warum müssen solche Häuser grundsätzlich immer so dunkel sein? Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend! Was habe ich gemacht? Du hast recht mit meiner Familie. Ich glaube dir. Tanja, was ist los? Das gehört mich ausgesperrt! Es ist arschkalt! Ich lasse dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Megan! Hilfe! Hilfe! Hey! Hier oben! Was zur Hölle tust du da oben? Anthony, Hilfe! Hilfe! Ich krieg keine Luft! Ich krieg keine Luft! Weiter, was geht ab? Hilfe! Richtig geil gemacht, oder? Tanja! Tanja, warte! Ich muss Megan holen! Weil ich glaube, die Tanja ist alt genug. Deswegen habe ich jetzt... Megan! Alter, die brennt! Nein! Warum geht die rein? Bist du beide tot, oder was? Nein! 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 Ach, du heilige! Digga, was ist denn hier los? Was hast du getan? Mami! Es ist zu... Hä? Digga, hier sind alle tot. Digga, die älteste ist ja geil gemacht, Mann. Oh, ich tippe auf. Hallo, ich tippe auf. Hallo, ich tippe auf. Hi. Und willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, oder? Rät ihr mit mir? Ich bin der Kurator. Wer? Der Hüter all dieser grandiosen Geschichten. Und für Sie habe ich eine ganz besondere. Das ist sehr nett. Beunruhigend, nicht? Äh, den Lob. Das Feuer, nein, das hätten Sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Ja, der Grefe von Kaiso, was? Sie haben gesehen, wie es begann. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab. Ach so, ich bin nicht schon. Hier sind auch noch 40 andere. Nur dir selbst, allein, sei treu. Das ist auch mein Motto. Hier, das ist die große Schwester, die beerdigt wird, die Tanja. Wir gehen jetzt los. Boah, aber dieses Spiel. Ich habe gerade gedacht, da Vögel welche. Ging meine Fantasie gerade wieder mit mir durch. Hey, Daniel, bist du's? Boah, jetzt kann man in den Lob rein, oder was? Willkommen durchgestrichen. Hoffnung aufgeben. Ja, moin. Da habe ich ja Bock drauf. Dieses Gemäuer gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Ey. Moin, wir sind's. BTF. Sag mal. Wird richtig geil. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh, Finken. Was ist denn das gewesen jetzt? Ach, war ein Bruder. Ah, Hintergrund. Was ist das denn? So, du glaubst mir nämlich nicht. Was war das? Wer immer du bist, das ist nicht lustig. John, wo bist du? Daniel, Taylor? Kommt schon, John, wo bist du? Das ist nicht lustig. Geh doch da weg. Nein. Nein, nicht diesen. Ach, hier hast du auch wieder eine Scheiße. Ist das eine Wutepuppe, Alter? Oh, wenn ich die jetzt umdrehe. Wehe, es springt mir was ins Gesicht. Bitte nicht. Oh, sie steht sicher. Oh, sie steht sicher. Loslassen! Oh! Oh! Spielt mit! Ich will nicht. Oh, sie ist die... Ruhe, nichts ist passiert. Boah, Bruder, alter, wer macht denn sowas? Er hat sich doch mal laufen lassen können. Ach nee, warum du sagst, sie soll anhalten. Lass sie doch laufen. Wo läuft der denn jetzt weg? Katze, nur eine Katze. Bitte nicht irgendeine Scheiße jetzt. Oh. Was soll ich mit der Scheiße machen, Mann? Jetzt sind wir ganz alleine. Ist das ein scheiß Muchernst? Oh Leute, wir sind ganz alleine. Stehst du, das dumme Schwein. Ich glaube, der wird wahnsinnig, der Typ. Na endlich. Du bist ausgeflippt. Wie vorhin auf der Straße. Ist doch auch verständlich. Was zur Hölle war das da drin? Es war nichts. Keine Sorge. Keine Sorge? Was bin ich? In der zweiten Klasse? Bisschen Stück Scheiße, du hast mich in den Stich gelassen. Das bist du. Vergiss das mal. Selbst wenn du's schaffst, ich werd dir nicht folgen. Gilt für uns beide. Wir finden einen Weg. Eigentlich wollen wir keinen Weg finden, wenn ich ehrlich bin. Ich hole dieses Mädchen, macht mich wahnsinnig. Da drüben. Brauch dein Handy. Wofür? Licht. Ist dunkel da. Bitte beeil dich. Wirf's her. Hey. Hey. Tut mir echt leid. Mach nochmal. Das war doch Absicht. Arschloch. Was hat die denn jetzt? Hey. Ist nur ein Handy. Das kann man ersetzen. Frauen. Mal ganz im Ernst. Ich hab eben nur daneben geklickt. Jetzt ist es auf einmal Absicht. Och Mann. Mann. Das war's an der Stelle wieder komplett. Ich schmeiß... Was war das? Willst du mich verarschen, Alter? Hick mich am Arsch. Die Telefone von früher hast du, ne? Was machen wir? Oh nein. Loslassen. Der Teufel ist mit ihr. Ihr müsst sie festbinden. Jetzt da greifen wir ein, Leute. Wenn's die Option gibt, greife ich ein. Ich greife da ein. Ich greife da jetzt ein. Ein unschöniges Leben steht auf dem Spiel. Ich bin unschönig. Das böse Reverend. Es ist unter uns. Isaac. Das ist sie. Das ist sie. Warum hab ich das gesagt? Warum hab ich das gesagt? Oh nein! Der wird zerquetscht. Das ist sie. Ich gucke. Och. Das ist sie. Vielen Dank.